Hallo unser unschönes Beibus und wir spielen heute eine Runde Bad Wars auf der Map Windmills mit der Howe Over There. Den Witz habe ich schon mal gebracht. Halt's wohl. Ja, äh, moin. Auf jeden Fall ein toller Tag, um Minecraft zu spielen, wie gestern und vorgestern auch, wenn ich habe keine Spiele, die man irgendwie spielen könnte zu zweit. Wir haben gerade schon gerätselt, was wir machen könnten. Und wir haben ein Spiel gefunden und das habe ich, also eins ist wirklich nur fürs Duo Player praktisch, heißt das Duo Player, keine Ahnung, ausgelegt ist und das wäre Portal, weil das habe ich ja schon angefangen. Ja, irgendwo, ne? Keine Ahnung. Und, ähm, Left 4 Dead haben wir auch schon angefangen in Streams. Das wollte ich auch eigentlich für ein Streamspiel immer so behalten, das spiele ich dann halt immer mit drei, vier Leuten am besten. Naja. Warum soll es gar nicht gehen? Ähm, ich kann mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich bringe mich gerade um. Oh shit, ich glaube unser Wind ist weg. Oder? Ne, ich glaube nicht schon. Lol. Seit wann ist das Fenster da offen? Das ist ja richtig dumm. Äh, ja, jetzt kommen noch ein paar mehr rote. Es gibt ja nur zwei von oben, oder? Ja, ja. Der kommt gerade hoch, aber ich walte noch mit dem ersten. Warum hat jeder einen Autoklicker? Ich schwöre es dir. Die kommen beide hoch und ich bin oben im Bett. Gibt es oben einen zweiten Eingang außer dieser Seite? Ja, es gibt einen zweiten Eingang, aber nicht ganz oben im Raum, sondern eine Stufe weiter unten. Ja, also sie müssen die Leiter hoch. Ja, eine Leiter müssen sie hoch. Wo sind die überhaupt beide? Einen habe ich runtergehauen. Gut, dann müsst ihr noch irgendwo ein zweiter Eingang. Ich habe mich selbst angebracht. Ah, da ist er. Eine Sekunde. Das ist ja ein lila, na, das ist nicht mal ein roter. Der hat ein Schwert. Lass dich nicht töten. Ich bin tot. Ach, hast du noch? Nein, ich dachte, warte, jetzt noch ein Rot. Ich habe das Bett eingebaut, aber... Wir müssen weg, wir können nicht mal wegrennen. Hier ist ja nichts. Warum ist... Hä, was ist das denn für eine Boykottation? Hier sind einfach drei verschiedene Farben bei uns. Habt ihr ein lila noch? Please, das war ein bisschen Scam. Ein Bett, kein... Gar nichts. Ich kannte die ganzen neuen Eingänge gar nicht. Ich habe mir... Ich glaube, ich habe selber irgendwann mal in der Folge gesagt, Alter, hier doch ein Eingang. Das fehlt der Map irgendwie. Da ist schon wieder einer. Hier gibt es nicht mal mehr was. Der hängt jetzt da oben. Du hast sogar, wo er ist. Ich dachte, ich wüsste. Wo er ist. Ja, hier ist ja. Hast du ein Schwert? Ja, habe ihn. Ich muss mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas... Nie hier ein Gänge gibt. Könnte ja immer sein. Die Fenster sind alle zu hier. Okay, ich finde jetzt keinen Secret-Eingang. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch einen Glitch gibt. Das müsste ich dann ausprobieren irgendwann, wenn ich mal Zeit hätte. Eigentlich sollte es über Silent-Mäuse gehen und dass es einfach nichts gibt. Denn mir ist in der letzten Folge aufgefallen... Oh, das war ein Stück weit zu tief. Das ist mir auch aufgefallen. Oh mein Gott, 28 Gold! Ich bin weg, Junge. Und zwar ist mir in der letzten Folge aufgefallen... Ich gebe dir übrigens mal die Hälfte. ...dass man extrem hört, wenn ich irgendwelche Tasten drücke. Und bisher war das eigentlich kein Problem, aber irgendwie... Seitdem ich meine Audio-Spur... Also meine Audio-Export-Dingsbums halt ein bisschen umgeändert habe... Hier ist doch schon wieder einer, oder? Seitdem ich die ein bisschen abgeändert habe... Ist der hier? Ich finde ihn nicht. Naja, wir können auch einfach warten, wir haben oben. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich finde unser Home hier, Homespeed Home, ganz schön. Können wir bleiben. Der kann ruhig auf unserem Dach sitzen. Das ist einfach nur ein Spieler weniger, der verteidigen kann bei seiner eigenen Basis. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass da einfach keine Auswahl besteht. Es gab eine Maus, die eigentlich auf alles zugetroffen hat, was ich wollte. Ich wollte Seiten-Buttons. Ich wollte keine schwere Maus. Ich wollte... Ist der überhaupt noch hier? Es könnte gut sein, dass er nicht mehr da ist. Ich gehe nochmal mit. Und auf jeden Fall finde ich es ziemlich schade, weil alle anderen Mäuse... Alter, schon wieder 20 Gold, ne? Alle anderen Mäuse hatten irgendwas, was mir nicht gepasst hat. Die meisten hatten einfach keine Seiten-Buttons und die sind mir wirklich wichtig. Ich habe noch viel Gold. Ey, dann hol mal zwei Fallschirme und wir brauchen noch ganz viel Eisen jetzt. Ich habe nur zwei jetzt. Ich habe neun. Okay, dann hol schon mal einen TP und gib mir einen Fallschirm. Einen Teleportager. Ja, also wir brauchen zwei. Ich war noch im Fachmarkt XY, Elektrofachgeschäft XY. Oh, hallo. Ich habe mich da nochmal erkundigt. Die hatten eine, eine einzige Maus. Und das war die, die ich mither nicht gefunden habe. Die halt, der einzige Nachteil war, dass sie ein bisschen zu klein sind. Der Lila, da kommt gerade... Ja, wir sind ja auch das letzte Team. Was wollen die machen? Aber wir porten uns einfach gleich weg und fliegen zu denen rüber. Die hatten wirklich nur eine. Ja, aber was will der hier machen, Alter? Tschüss, Issa. Tschüss, Issa. Dann lass Mitte gehen und von da aus... Was ist das denn? Wer hat das denn gebaut? Hast du den zweiten Teleporter? Äh, ja. Okay, warte mal, ich hole mir noch Blöcke. Ich habe nur 44. Der andere hat sich fullequipped. Mal gucken, ob ich ihn runter snipen kann. Ha, Alter. Vielleicht kann ich mich mitschließen. Okay, in der Mitte. Wir haben ja kein Bett mehr. Wir haben nichts zu befürchten. Die haben zu befürchten, dass wir gleich einfach weggehen. Und denen die Tour versauen. Ich glaube, der eine ist runtergesprungen. Dann, ich habe nochmal 24 Gold. Entweder wir gehen jetzt mit den Teleportern weg. Da ist der fullequipped. Lass den einfach unten mit dem Hund gehen. Ich biete sein Ass einfach. Alter, ich habe aber nicht mehr so viel Leben. Ich habe dreieinhalb mehr. Wir müssen jetzt... Ja, dann gehen wir back. Okay, wir müssen irgendwie backkommen. Wie? Ja, das habe ich eben. Das ist einfach hier lang. Okay, los rennen. Nach Hause? Ja, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Nicht nach hinten gucken. Vielleicht mit Tab mache ich. Habe ich gerade gemacht, aber... Okay, wir sind safe. Oder ich bin safe. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe 34 Gold, Alter. Okay, ich hole mir zwei Rettungsplattformen sogar. Ich habe 10. Aua, es geht nur einer. Dann gebe ich dir mal eine. So, dann haben wir zwei Rettungsplattformen schon mal. Wir könnten jetzt eine Teamkiste aufnehmen, aber ist ja egal. Ich nehme auch zwei Goldäpfel. Kannst du mir einen... Na, warte, ich kann mir selbst Goldäpfel kaufen. Wir könnten uns Dreierbögen kaufen, theoretisch. Ich habe noch 23 Gold. Was soll ich damit? Ja, dann hole ich mir einfach jetzt noch den Dreierbogen, weil... Ah, die sind direkt über uns. Gut zu wissen. Dann lass es, lass es. Ich habe den eingeschüttet. Die können uns auf keinen Fall bekämpfen. Oh! American Sniper. Oh, es gibt doch einen mobilen Shop. Ah, fuck. Was? Hast du das Ganze? Nimm mal einen mobilen... Ups, mein Eisenschwert hätte ich gehen wieder. Oh, ich habe... Nimm einen mobilen Shop mit hier, falls dir noch Eisen fehlt. Oh, Leute, schnell. Okay, dann lass... Wo ist denn das Gegen... Die sind von da drüben, gell? Die kommen von hier, ja. Ja, okay, dann lass einfach hier hochgehen. Aber einer ist oben auf dem Dach. Ich habe noch meine Rettungsplattformen. Ich bin mir nicht relativ sicher gerade. Ah, die haben immer noch... Ich nehme schon mal meinen Stärketank. Wir haben ja noch einen mobilen Shop. Weil wenn wir jetzt in den Fight kommen... Ich habe ihn einmal gehittet, er ist tot. Lol. Oder nee, ist er gestorben? Kann er nicht sein, oder? Ups, war das, du konntest meine Rettungsplattformen nicht auslösen. Nee, der andere ist gestorben. Vorsicht, er ist da. Ja, ist weh. Er hat nur einen Knockback, steckt er es gleich. Habe ihn. Okay, na, ist dann hoch. Okay, okay, okay. Ab jetzt müssen wir einfach nur noch... Stärke. Weißt du, wie man es macht? Äh, ja, aber ich weiß ja nicht... Hast du einen goldenen Apfel? Ja. Okay, dann jetzt einfach rein. Oder? Dann lass einfach rüberfliegen. Dann lass, ähm... Ich stecke mich noch... Oh, okay. Ich fliege. Okay. Aber sie haben mich gesehen. Ja, dass die uns gesehen haben, wundert mich jetzt auch weniger. Aber guck mal hier. So, Schritt 1. Success. Wo bist du? Okay, du bist ein Stück weiter oben. Lass einfach... Guck mal, siehst du die Flagge da sozusagen? Okay, jetzt rein. Einfach stürmen. Oh, die haben sich selbst ins Bein geschossen wie sonst was. Guck dir mal an, Alter. Die haben das auch nicht gewusst. Wie traurig, Alter. Warte, ich gehe über den Weg hier. Ja, sehr geil, endlich. Das ist so bitter für die. Was hatten die hier? Ah, nur Scheiße. Ich sehe einen. Okay. Der rennt gerade zu rot. Ah. Oh! Oh! Boom, Alter! Easy! Easy, boy! Gar kein Problem für den besten Spieler auf der Welt. Was hast du gemacht? Den American Sniper, Alter. Ich werde mir einfach die E-Mail-Aufnahme anschauen. Wo ist der Nächste? Im Teleporter hast du wahrscheinlich so gerade so. Nee, 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 nee. Das wäre... Das wäre Overswag. Nee, ich habe einen richtigen Longshot halt. Wirklich einen richtig coolen Longshot eigentlich gerade. Also ich ford mich jetzt mal... auf den Feuerzeug oder zünden die hier direkt? Äh, die sollten direkt zünden. Wir können es aber auch... Oh, da ist er. Oder? Nee, das war der Immobilisch-Shot. Ich glaube... Nee, das ist der Dealer. Nee, da, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist bei seinen... Er ist bei sich in der Basis. Okay, lass den richtig overkillen. Da, wir fliegen rüber. Nein, warte. Zack. Servus. Nein, nein, warte, warte. Du hast... Oh, du bist so langweilig. Ich habe nicht... Ach, Mann, ja. Alter, wir hätten ihn richtig schön in die Luft springen können. Mann. Aber auf jeden Fall... Es war eine ganz lustige Runde. 18 Minuten. Mal gucken, wie lange das Video am Ende sein wird. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt einfach auf meine Videos drauf. Okay? Perfekt. Lieutenant Commander Todd ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tata. Perfekt, Alter. Richtig, richtig auf dem Rain-Lick.